In den vergangenen Wochen hat sich die politische Landschaft in Thüringen und Sachsen dramatisch verändert. Nach den jüngsten Landtagswahlen stehen die etablierten Parteien vor einer der größten Herausforderungen der letzten Jahre. Die CDU muss sich in beiden Bundesländern entscheiden, wie sie mit dem Aufstieg der AfD und der neuen Kraft des Bündnisses Sarah Wagenknecht umgehen will. Welche Wege werden eingeschlagen und welche politischen Kompromisse sind nötig, um stabile Regierungen zu bilden? Genau das schauen wir uns heute an. In Thüringen waren die Wahlergebnisse ein politisches Beben. Mit 32,8 Prozent hat die AfD unter Björn Höcke einen historischen Sieg errungen, was das politische Machtgefüge dramatisch verändert hat. Doch eine Regierungsbeteiligung der AfD ist aufgrund der strikten Abgrenzungspolitik der CDU ausgeschlossen. Bodo Ramelow, der amtierende Ministerpräsident der Linken, ist deutlich geschwächt, während die CDU mit Mario Vogt ebenfalls keine klare Mehrheit bilden kann. Die Optionen sind beschränkt, eine von der Linken tolerierte Minderheitsregierung der CDU oder eine Dreierkoalition mit dem BSW und der SPD. Eine riskante Frage bleibt, wird die CDU ihre Position gegenüber der Linken oder sogar der AfD überdenken? Auch in Sachsen wird heftig diskutiert. Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, steht vor einer ähnlichen Herausforderung. Björn Höcke, der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen, forderte dennoch Verhandlungen und erklärte, dass die AfD offen für Gespräche sei. Die AfD nutzt ihre neue Stärke, um den etablierten Parteien deutlich zu machen, dass ohne sie keine stabile Regierung möglich ist. Dennoch bleibt fraglich, ob sie in naher Zukunft an einer Landesregierung beteiligt wird, da sowohl CDU als auch SPD bundesweit einen strikten Kurs der Abgrenzung verfolgen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Koalitionsverhandlungen sowohl in Thüringen als auch in Sachsen extrem schwierig sind. Alle Optionen, sei es eine Minderheitsregierung oder eine Koalition unter Beteiligung des BSW, stehen auf dem Tisch. Wie sich die CDU letztlich entscheidet, wird nicht nur die Landespolitik, sondern auch den bundespolitischen Kurs entscheidend prägen. Auf welche Koalition setzt ihr? Und warum? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal und lasst uns gemeinsam verfolgen, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Bis zum nächsten Mal!